Die Eisenfüße ausklappen, dann in den ersten Abschnitt des Baumstamms einsetzen und die Schrauben festziehen. Stellen Sie den Sockel mit dem ersten Stammabschnitt auf. Dabei werden die Zweige des ersten Stammabschnitts automatisch entfaltet. Stecken Sie den zweiten Stammabschnitt in den Anschluss des ersten Abschnitts. Breiten Sie anschließend die Zweige des zweiten Stammabschnitts aus, sodass Sie vollständig zur Geltung kommen. Passen Sie gemäß der Videoanleitung oder der schriftlichen Anleitung die Zweige und Äste einzeln an und hängen Sie Ihren bevorzugten Schmuck auf.